Programm wieder zur Livemusik Aber es spielt keine Rolle Ah durch, jetzt stehen sie richtig hin Also wir fangen mit den dreifachen Weltmeistern an Torbjörn und Susann von Norwegen Sehr schön zu sehen Alles ist sehr harmonisch Beide gehen gleich tief hinunter Susann reagiert, wenn Torbjörn etwas macht Das ist einfach Spitze Und auch diese Figur ist einfach genial Und es geht weiter Die Schrittfolgung ist einfach genial Es ist alles 1 zu 1 bei ihnen Alles abgestimmt Und auch wieder die Luftgitarre bei ihr Genau Also die Interpretation bei ihnen ist Eigentlich Ich muss sagen Auch diese Figur jetzt Und es geht gleich weiter Die Figur hat ihnen in der Vorrunde noch wehbereitet Noch ein kleiner Velo eingehandelt Und jetzt ist sie aber ohne Probleme vonstatten gegangen Auch sie hinten wissen dass es eine sehr gute Runde ist Aber sie sind so gut durchtrainiert Sie rennen auch bei Triathlon mit Und ja Einfach genial Man sieht das auch hier an Sie weiss genau wenn es eine gute Runde war Und wenn nicht Und die Figuren haben gepasst Es war in der Musik Ja es war einfach Wieder wie immer Genial Also das heisst Sie machen gar keine schlechte Runde mehr eigentlich Nein Sie haben keine schlechten Sondern es gibt immer einfach bessere Ja Und Ja einfach solche Sachen Das ist Die Finesse Die viele noch nicht haben Und das macht sie auch aus Als Part Auch diese Figur Zack und es geht weiter Sie ist hier noch eine Blume aus den Haaren geschlagen Gibt das Abzug? Nein das war nicht absichtlich Sonst würde es Abzug geben Okay Auch sehr geniale Figuren Also absichtlich darf man keine Hüte oder was auch immer Nein das darf man nicht Das gab mal Im 2009 denke ich Ja jetzt wird sie extra noch gezeigt Gab es diesen Fall Dass einer den Schuh verloren hat Und der hat den extra weggekickt Also nicht mehr störte Dann wurde auch diskutiert Ob man ihn jetzt disqualifizieren soll oder nicht Ja Also er wurde dann nicht Weil das Publikum gepfiffen hat Bei ihnen auch Bei ihnen auch Ja Die Figuren Stimmen Und auch Das ist Und hinten schön zu sehen Dass auch Hier mitgefeiert wird Man sagt weiter 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 Weil die letzten 30 Sekunden sind einfach der Horror Und auch bei ihnen sieht man es ist für sie ein gelungener Tanz gewesen Schön bei den Boogie Finals immer zu sehen dass die Paare alle hintendran stehen und die Paare sich gegenseitig unterstützen Es hat es aber auch schon leider gegeben dass die Paare nicht hinten stehen durften Aber da wurde gerade klar dass es einfach nicht geht es braucht die anderen Tänzer hinten Ja Jetzt geht es weiter mit Gregors und Agneska Das was er macht ist eine sehr gute Interpretation Und diesen Stopp muss er so genial machen jetzt Wow ja Auch ein Lied das alle kämen Geht man mit Klar Auch in der Figur Die Power Wie sie Die Kicks machen und alles Das wird Und auch solche Bewegungen Es wird einzeln angeschaut Und das kann sicher ein Rang ausmachen Aber man merkt einfach die Schritte Der Grundschritt ist nicht mehr so wie in den ersten 20 Sekunden Bei den G том Wie sie Die Kicks sind ہ öğren Jetzt kommt einer der besten Figuren von innen Und hinten wird immer mehr angefeuert wenn man merkt man mag nicht mehr Oder dass ein sehr langer Instrumentalteil kommt Weil der ist mühsam zum Interpretieren Aber die zwei machen das sehr gut. Bei ihnen, sie sind wirklich in meinen Augen schon mehr als Sensor, auch Schauspieler. Das gibt es halt, dass manche Paare das noch nicht haben. Also, eigentlich alle, die hier jetzt im Finale stehen, haben das, aber der Unterschied zwischen einem Spitzenpaar und einem normalen Paar ist eben, man ist nicht nur Tänzer, sondern auch Schauspieler. Jetzt geht es mit Ivan und Tatjana aus der Ukraine weiter. Oh, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Outfit. Ja. Mit Leder. Aber es fällt auf und das ist ja gut. Fällt auf, auf jeden Fall. Und sie kennen das Lied und sie haben gute Technik. Gut interpretiert. Er macht etwas und sie steigt ein und das ist sehr gut. Sehr spezielle Figur. Was ich finde, einfach der Unterschied zwischen, also sie werden immer Zweite und Torben Susan werden immer Erste. Und der grosse Unterschied ist einfach noch in der Dynamik bei einzelnen Figuren. Weil da ist alles sehr, 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 sehr gut. Aber Torben Susan ist einfach die Finesse einfach noch, 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 noch besser. Aber es kann sich heute auch drehen, dass sie gewinnen, dass sie den Wertungsrichtern überlassen. Die Figur passt sehr schön zur Musik. Und da hat sie sich noch gerettet. Sie suchte die Hand von ihm und hat etwas draus gemacht. Eine sehr gute Runde. Und jetzt aus Schweden, Jesper und Sarah. Auch ein Merkmal bei ihm ist sein Cap. Er hat immer das Cap an. Ah ja. Ja. Und auf dieser Summe, der kennt einfach jeder. Da muss ich mich zusammenreisen, dass ich mich mitsimme. Sehr schwierige und sehr schöne Figur und perfekte Musik. Ein kleiner Fehler, aber... Und was ihm zu den besten, was der Unterschied ist zwischen ihm und den besten, ist einfach noch die Technik. Das ist noch eine klare Angelegenheit für die Norweger, dass die Technik einfach besser ist. Und hier kommt wieder seine geniale Figur. Auch eine sehr gute Runde. Also ich finde es fast nicht einteilbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie die Erzsrichter das machen werden. Ich finde es schwierig. Und jetzt nochmal aus Schweden, Jonathan und Elin. Vielleicht mit einem Einstieg, den man kräft. Gut war, dass sie als erstes reagiert hat. Dann weiss man auch, dass sie mitmacht und sich nicht einfach fühlen lässt von ihm. Ja, schön. Ihm sieht man einfach irgendwie das Breche an. Also, wie soll ich sagen? Erst für alles zu haben. Also bei ihm weiss man nie was kommt. Das kann einem Angst machen oder auch nicht. Also ich finde das cool. Ja, und sie macht gut mit. Sie hat auch eine starke Ausstrahlung. Muss man neben ihm. Ja. Ich denke dann passen die ja gut zusammen. Wird er manchmal gewechselt? Wenn das nicht stimmt? Natürlich. Es gibt viele Täter. Also er hat auch schon mit einer anderen getanzt. Aber das war nicht so gut. Und dann hat er auch gewechselt. Das gibt es. Und mal schauen, ob es die Schweden schaffen, den Titel zu holen. Weil in den letzten drei Jahren war es immer Torben Susann in Norwegen. Ja. Bei allen Turnieren? Bei jedem, wo sie anwesend waren. Ja. Ja, schauen wir mal. Danke. Weil der letzte Titel an der WM ging auch wieder an Norwegen. Und der letzte von Schweden war 2007. Also da ist schon ein bisschen ein Konkurrenzkampf. Schweden-Norwegen ist immer schon so gewesen. Jetzt geht es weiter mit Rasmus und Tobe aus Schweden. Die Songs, die gespielt werden, sind eigentlich ganz einfach zu interpretieren. Also da können sich die Tänzer glücklich schätzen. Da gibt es Songs, die so hart sind zum interpretieren. Also da gibt es auch gute Runden. Also wie soll ich sagen. Es gibt keine schlechte Runde heute im Moment. Ja, sehr gut. Sehr gut. In der Drehung hat man noch etwas gemacht. So kann man auch aufstehen. Ja, die zwei gefallen mir gut. So viele überraschende Momente, schnelle Bewegungen. Genau. Technisch sind sie nicht die Besten. Das ist ganz klar. Aber ich finde die Figuren von ihnen sehr cool. Da gab es ein kleiner Fehler. Sie drehen sich um. Er animiert sie dazu, mehr mitzumachen. Ein kleiner Fehler. Zwei gab es, aber... ich denke das wird nicht große konsequenzen behave. Nochmal alle sich verbiegen, also teilweise zu den Fires, teilweise zum Publikum. Eine spektakuläre Einfahrt, der Finalpaare, sie kommen auf den Goldtricks. Gregor und Agnetschka, Viva Tatjana, man sieht schon, Jonathan wieder am feiern, macht Handshakes. Das Publikum ist voll mit dabei. Dann Jesper und Zara, Garolina und Francesco, Tove und Rasmus. Last but not least, Torben und Susanne. Oh nein, dann gibt es noch Francesco und Garolina, die habe ich vorhin schon gesagt. Das ist mir auch neu. Ich denke, das hat noch keiner der Finalisten gemacht. Ich denke, das ist so klasse. Goldwinds. Let's get up to Goldwind Park. Mit Einfahrt, der Finalisten. Vielen Dank für alle Goldwind-Drivers, die hierher kommen. Danke. Sie wollen gar nicht absteigen. Sie dürfen sitzen bleiben. Sie dürfen sitzen bleiben. Jetzt, durch Peter Giner, unser Sponsor aus Wittendur und Miriam Kerman Isak, Präsentin des Metron-Kloth-Randes. Also doch werden alle die Italiener Francesco und Carolina. Auf dem sechsten Platz sind Jesper und Sarah von Schweden. Da wir ja bei Swiss Sport TV live sind, können wir leider nicht herausfinden, wer im Slow Erster war und wer im Fast Erster war. Also die Ränge können ja auch verschieden sein. Und Jonathan und Eileen sind Fünfter, auch aus Schweden. Ich bin gespannt, ob Norwegen wieder gewinnt oder nicht. Auf dem vierten Jahr sind Rasmus und Tobi auch aus Schweden. Also es ist Italien, Schweden, Schweden, Schweden. Übrig sind noch Polen, Ukrainen und Norwegen. Also wird es kein Schweden sein, der gewonnen hat. Aber doch eine starke schwedische Leistung vom Team Schweden. Natürlich, ein Final ohne mindestens zwei Schweden gibt es nicht. Und auf dem dritten Platz sind Gregorz und Agnieszka aus Polen. Werden die Runden beide gleich gewertet? Also nicht genau die gleichen Kriterien, aber man schaut es einfach ein bisschen anders an. Also man kann nicht die Schritte so kräftig machen wie ihm, fast. Und auf dem zweiten sind Ivan und Tatjana von der Ukraine. Also übrig auf diesen Gefährten, auf diesen TÜV, sind nur noch die Norweger. Ja, sie holen sich auch heute wieder den Sieg. Ich kann jetzt auch gut verstehen, dass sie gewonnen haben, ganz ehrlich gesagt. Beide Runden waren perfekt. Schade, dass man die Reaktion von den zwei nicht noch hat. Und auf dem ersten Platz, first place. Tor ist von Norway. Torbjörn Solo und Susanne Barkald aus Norwegen. Sie geniessen die Aufmerksamkeit des Publikums. Das Publikum ist auch zufrieden mit diesem Rang. Ja, wir sehen sie hier nochmal in der Slowmotion. Vom Slow. Vom Slow und der spektakulären Figur. Wie eine Schlange. Ja, das hat mir sehr gut gefallen, die Figur. Ja, und dann wie er noch Rock macht das so einfach. Gleich nochmal. Und hier noch in der Fastrunde. Genau. Einfach genial. Spagat und weiter. Und auch diese Figur einfach. Ups, weiter. Sie sind schon auf dem ersten Platz angelangt. Bekommen jetzt den Riesenpokal. Sie sind auch die Gewinner der gesamten World Master Serie. Und bekommen deshalb noch den Riesenpokal. Wir hören jetzt, sie sind auch die Gewinner der gesamten World Master Serie. Und bekommen deshalb noch den Riesenpokal. Den Riesenpokal für den gesamten World Cup Sieb. Für alles, auch verständlich. Und das löst Emotionen aus. Schon so viel gewonnen und doch immer noch berührt. Das gefällt mir bei Ihnen. Ja, schön. Wir hören jetzt die Hymne. Wir müssen aufstehen. Der ganze Saal steht. Der ganze Saal steht. Sie haben alles schon gewonnen. Und trotzdem ist es jedes Mal wieder etwas Spezielles. Und ich denke, eine bestimmte Figur wird heute auch noch getanzt. Im Winner Dance. Also ich hoffe es. Doch, sieht's aus. 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 Musik Da finde ich einfach das coole und da tanzt man einfach. Es ist ihr zweiter gewohnt, nicht erster, aber sie genießen ihren zweiten genau gleich wie der erste. Musik Musik Und hier werden auch ab und zu Figuren gezeigt, die zu riskant sind, weil sie schief gehen können. Vielleicht haben wir das Glück und sie machen so etwas. Ich denke, sie werden eine machen, die sie normalerweise immer machen, aber heute leider nicht gemacht haben. Musik 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 Musik